Bordeaux. Das ist sicherlich jedem von euch ein Begriff, aber mit Bordeaux verbinden die meisten von uns Rotwein. In Bordeaux werden aber auch fantastische trockene Weißweine ausgebaut. Und genau den habe ich euch heute mitgebracht. Ein Entre de Mer aus dem Hause Nadic, trocken ausgebaut und einfach richtig schön fruchtig. In der Nase so Aromenformen frischen Apfel, leicht zitrisch und was soll ich sagen, es macht einfach mega viel Spaß im Glas. Ihr könnt ihn auf der Terrasse mit Freunden genießen, beim Kochen von Meeresgerichten. Kommt vorbei, holt euch die letzten Flaschen unseres Wein des Monats oder bestellt ihn auf www.willenbruck.com. Cheers!